Musikrechte für Instagram, Facebook, Real Stories. Das Thema ist in aller Munde und das ist nicht neu, dass hier beachtet werden muss, dass man nicht einfach alle Musik nutzen kann, die uns hier zur Verfügung gestellt wird. Und ich räume heute mal auf und gebe dir fünf ganz konkrete Tipps mit, was du tun kannst, um dich hier rechtssicher entsprechend zu bewegen auf den Meta-Plattformen und wie wir darauf achten können, dass wir die richtige Musik verwenden und oder die falsche, worauf du rechtlich hier aber auch zu achten hast. Und da ein kleiner Disclaimer, das muss ich dazu sagen, denn ich bin keine Anwältin. Ich sage das hier jetzt im besten Wissen und Gewissen. Das heißt, ich sage immer auch ein bisschen dazu, dass es definitiv so nutzbar und da bin ich mir nicht ganz sicher, da frag lieber nochmal einen Anwalt. Das nehme ich dich jetzt mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen, denn der Part ist wichtig. Und das Ganze kam hoch, weil ein berühmter Online-Anwalt mal wieder darüber gesprochen hat, dass gerade Abmahnungen regnen. Das heißt, es sind gerade Anwälte unterwegs, die abmahnen, die selber gar keine Rechte an der Musik haben, die aber trotzdem, so Abmahnanwälte, ihr kennt das, ja, die nichts zu tun haben, würde ich jetzt mal so sagen, und damit ein paar Taler machen wollen, die hier abmahnen, wenn wir Musik nutzen, für die wir keine Rechte haben. Auch wenn es nur zehn Sekunden sind für ein Reel oder eine Story. Und da gibt es natürlich ein paar Dinge, die wir beachten müssen. Ich sehe auch viele, die ihre Reels jetzt löschen von früher. Da spreche ich auch noch kurz drüber. Worauf du achten solltest, wenn du früher Reels benutzt hast, die du vielleicht eigentlich gar nicht nutzen darfst. Aber wir starten mal damit, was darf ich noch nutzen? Wie kann ich trotzdem jetzt noch Musik einsetzen? Ich habe so ein bisschen eine Faustregel. Wenn Musik im Radio läuft, ist es wahrscheinlich lizenziert und dementsprechend auch nicht unbedingt einfach so einsetzbar. Das ist also so ein wichtiger Faustregel, die keine konkrete Anfang und Ende hat. Das heißt, auch da musst du aufpassen, dass es nicht sehr pauschalisiert ist. Aber für gewöhnlich ist es so, wenn du Musik nutzt, wie Coldplay oder Avicii oder so, ja, wenn du das nutzt für deine Reels oder deine Stories, dass es wahrscheinlich da entsprechend rechtlich schwierig werden könnte in der Theorie und da ein Anwalt dann entsprechend bei dir auch landen könnte. Was man da bezahlt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn jemand von euch das weiß, wie hoch diese entsprechende Abmahnungsgebühr ist, sagt mir gerne Bescheid. Würde mich selber mal total interessieren. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht recherchiert vorher. Ich möchte jetzt eher Lösungen mitgeben und da euch so ein bisschen sensibilisieren, worauf ihr achten solltet. Wichtig dabei, das ist nicht neu. Die Regeln haben sich nicht geändert. Das ist schon länger so. Nur ist es einfach mal wieder sehr breit getreten. Und sowas, solche schlechten Neuigkeiten und Rechtsthemen gehen gerne mal viral, auch wenn nur fünf Leute abgemahnt wurden. Ja, das geht dann gerne viral, weil alle ganz dolle Angst bekommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es dich betrifft, ist sehr gering. Das darf ich auch noch mal dazu sagen. Es sind nicht viele Menschen bisher abgemahnt worden. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich idealerweise nicht unbedingt Geld zahlen müssen für sowas. Deswegen lass uns mal Lösungen anschauen. Was kannst du tun? Und da gehen wir jetzt mal hier reingehen. Ich zeige euch das mal auf meinem Reels-Kurs. Ich habe einen Kurs dazu gemacht und da haben wir so verschiedene Formate. Und ich gehe jetzt vor allen Dingen auf Reels ein, denn wir haben natürlich auch bei Storys das gleiche Problem. Es ist immer dann, wenn wir die Musiknutzung verwenden. Und bei Storys ist es tatsächlich so, dass die nach 24 Stunden wieder weg sind. Außer du hast sie in den Story-Highlights. Das ist auch noch mal wichtig zu betonen. Wenn du Story-Highlights hast, wo die Musik eingesetzt wird, kann es auch ein Problem sein. Ansonsten Storys sind relativ schnell wieder weg. Deswegen ist es wichtiger bei Reels, die stehen bleiben. Deswegen hier wichtig, dass wir uns mal Formate angucken, wo wir trotzdem entsprechend noch Musik einsetzen können und wo wir darauf achten. Mein Ziel ist es eigentlich, dass du die Musik in Reels gar nicht brauchst, idealerweise. Weil du O-Tone-Reels machst. Das heißt Reels, wo du reinsprichst, deinen eigenen Sound verwendest. Ja, sodass du wirklich gar nicht Musik mit einsetzt. Wie das geht, zeige ich im Reels-Kurs. Aber wir haben hier auch noch verschiedene andere Formate. Und da gehen wir jetzt mal so ein bisschen rein. Das will ich euch so ein bisschen zeigen, weil das für mich auch noch mal wichtig ist, dass wir zum Beispiel ja auch beliebte Sounds verwenden können, die gerade trenden. Ihr wisst es, wenn es trendet, haben die hier diesen kleinen Pfeil bei dem Audio. Wenn da so ein Pfeil nach oben ist, dann trendet das Audio und entsprechend ist es sehr beliebt in dem Moment. Und diese Reels können natürlich eine höhere Reichweite bekommen. Entsprechend, deswegen macht es total Sinn, die auch mit einzusetzen. Und da aber wichtig, wenn da Musik drin ist, wäre ich vorsichtig entsprechend. Das kann auch jemand sein, der spricht und Musik noch im Hintergrund hat. Da wäre ich vorsichtig. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann nimmst du hier nur Sounds, die keine Musik beinhalten. Ich zeige mal ein Beispiel aus dem Kurs. Ich nehme euch mit im Reels-Kurs, wie ich die Reels erstelle. Und was da passiert, der Ton, den ich hier nehme, den Trending-Sound, das ist keine Musik, das ist einfach nur, Uh, I like that, I like that a lot. Das ist natürlich ein Sound, den kann ich ohne Probleme verwenden. Wenn da jetzt noch Musik dazu wäre, wäre ich wieder vorsichtig. Außer derjenige hat es freigegeben und der Künstler hat gesagt, Hey, du darfst. Ja, du darfst das verwenden. Da haben wir zum Beispiel ein paar Möglichkeiten, ich möchte euch da jetzt direkt mitnehmen, in Optionen, wie ihr Musik jetzt trotzdem verwenden könnt. Weil manchmal macht es einfach Sinn, wenn man zum Beispiel eine Zusammenfassung macht von, ich habe letztes Wochenende, war ich auf der Bühne, habe auf der Bühne gesprochen und ich habe einfach ein paar Videos hintereinander, ein paar Fotos hintereinander und will einfach nur Musik laufen lassen. Ich will nicht die ganze Zeit labern dazu. Und dafür brauchen wir einfach manchmal Musik. Und da können wir natürlich jetzt auch Musik kaufen, die Rechte daran kaufen, zum Beispiel mit Canva. Wir können aber auch kostenlos Musik einsetzen und das wäre hier zum Beispiel mit der Meta-Business-Suite. Kennst du vielleicht. In der Meta-Business-Suite gibt es die Sound-Collection. Ja, das heißt, hier können wir jetzt reingehen, wir haben jetzt hier in der Meta-Business-Suite Tools, die wir einsetzen können. Vielleicht hast du noch das Creator-Studio, da gibt es diese Option auch. Und da können wir in die Tools gehen. Du kannst auch einfach direkt Sound-Collection-Meta bei Google eingeben, findest du das dann auch. Auch da geht es direkt mit einem Direkt-Link. Ich zeige jetzt nur, wie man hinkommt. Und dann kommen wir in die Sound-Collection und können hier in der Sound-Collection die Songs ohne Probleme nutzen für alle Meta-Plattformen. Heißt Instagram, Facebook, WhatsApp. Das heißt, wir können hier die Musik entweder direkt nutzen oder sie herunterladen und dann in unserem Video-Bearbeitungsprogramm, Captions, CapCut, InShot werden so Programme, die ich gerne nutze. Kannst du die direkt verwenden und da wieder hochladen, wenn du möchtest. Das heißt, die sind ohne Probleme einsetzbar und nutzbar, wo ich sehr praktisch finde, dass man das auch sortieren kann zum Beispiel. Da sind wirklich super tolle Sounds dabei, richtig schöne Musik, ganz tolle. Das hat jetzt nichts mit Trending-Sounds zu tun, sind nicht unbedingt Trends, aber darum geht es in dem Moment auch nicht. Es geht damit wirklich eher darum, dass du hier rechtlich entsprechend dich absicherst und das Real entsprechend gut ist. Also wir können hier Genres zum Beispiel sagen, ich möchte was eher was Blusiges oder Kindermusik oder Hawaiianisch. Das heißt, wir können hier nach Genre gehen, wir können aber auch nach der Stimmung gehen. Möchte ich was Sorgloses, Feierliches, Chill-Out? Gut, ich kann auch die Dauer entsprechend auswählen. Soll das ein langer Sound sein oder mit oder ohne Gesang? Und wie ist das Tempo? Langsam, mittel, schnell. Das heißt, wir können hier sehr gut mal reingehen. Ich nehme jetzt einfach mal das allererste und spiele das ab. Ihr hört den Sound, oder? Finde ich jetzt völlig fein. Ja, und da kann man natürlich jetzt hier, wir gehen mal Chill-Out, das ist etwas, was ich dann ganz gerne benutze. Völlig fein, ja. Also finde ich sehr chillig. Und da für euch einfach zur Info, das ist ohne Probleme nutzbar. Wir haben hier einmal die Nutzungsbedingungen, die wir auch in der Beschreibung dann nochmal verlinken werden. Und wir haben hier auch die Info, die kannst du ohne Probleme kostenlos für alle Meta-Apps benutzen. Ja, so nicht nur Facebook, Instagram, Whatsapp oder so. Alles, was Meta macht, da gibt es ja noch ein paar mehr, da kannst du diese Sounds ohne Probleme verwenden. Wie das dann ist, wenn du das Gleiche nutzt dann für TikTok, kann ich jetzt nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass Meta da niemanden gerade abmahnt, aber da möchte ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Also wenn du insbesondere auf Facebook und Insta unterwegs bist, macht das total Sinn. Aber wir gucken uns nochmal an, was habe ich denn für Möglichkeiten, wenn ich doch auf Insta, Facebook und TikTok, vielleicht auch YouTube Shorts, das Video verwenden möchte. Was habe ich dann für Optionen? Da habe ich einen Song für euch, den könnt ihr immer verwenden. Und das ist der Song, den ich habe schreiben lassen für unser Business, I Know I Can, der bei sehr vielen Themen auch ganz gut passt. Wir haben am Anfang eher einen langsamen Sound und es wird dann so, ist ein sehr motivierendes Lied, wird dann so ein bisschen rockiger quasi. Ich spiele mal ganz kurz von Diana hier das Video ab, den Anfang. Ja, also das wäre eine Möglichkeit. Den Song könnt ihr nutzen. Dafür habe ich rechtlich unterschrieben. Ihr müsst mich dazu auch nicht fragen. Ihr könnt den einfach verwenden, immer und überall, wo ihr auf Facebook, Insta oder so den Song findet. TikTok, YouTube, ist mir wurscht. Könnt ihr verwenden. Den findet ihr unter I Know I Can Diana. Wenn ihr auch Dianas Nachnamen nicht kennt, einfach I Know I Can und dann Diana in der Suche bei den Musiksongs eingeben und dann könnt ihr den uneingeschränkt verwenden. Wie gesagt, da habe ich volle Rechte dran. Ich habe da entsprechend, habe den Song ja für mein Business schreiben lassen. Dementsprechend ist das hier eine gute Möglichkeit für euch, einen Song zu nutzen, der entsprechend auch eine super Qualität hat. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, wenn es ein bisschen mehr variabel sein soll und vielleicht auch andere Themen mit rein, ist ein Community Creator Music Account, der hier eingerichtet wurde von einigen Influencern, die sich hier zusammengetan haben und die jetzt hier so eine Win-Win-Win-Situation auslösen. Das heißt, die haben quasi Kleinmusik, Musiker können auf sie zukommen oder jeder Musiker kann auf sie zukommen und sagen, hier, ich möchte einen Sound, einen Song zur Verfügung stellen für die Community. Der kann ohne Probleme genutzt werden. Und da, wie das funktioniert, ja, das heißt, die kriegen dadurch natürlich Sichtbarkeit. Das ist also der eine Win. Wir können die Musik nutzen. Das ist der zweite Win. Und der dritte Win natürlich hier, dass wir uns gegenseitig supporten. Ich finde das einfach total schön. Da können wir jetzt hier mal ein Beispiel uns angucken. Das finde ich ganz schön von der Chaos Queen. Das mache ich jetzt nicht weiter, aber es sind unheimlich unterschiedliche Sounds. Das ist jetzt eher so ein bisschen Happy Comedy. Aber da gibt es unheimlich unterschiedliche Sounds. Wichtig dabei, nicht einfach nur nutzen, sondern bitte, bevor ihr es nutzt, in die Beschreibung reingucken. Ja, das heißt, in der Beschreibung steht ganz genau drin, wie ihr den Song nutzen könnt und wie vielleicht nicht. Es gibt nämlich einige Creator, die wollen, dass du sie anschreibst und dir die Bestätigung holst. Andere wiederum sagen, nutze einfach, mach, was du willst mit dem Song, ja. Und generell ist es total toll, wenn man denjenigen dann auch markiert. Ich habe zum Beispiel gerade selber ein Reel gemacht, zeige ich euch mal, wo ich entsprechend dann auch einen Ton, einen Sound genommen habe von einem Sänger. Ich mache es mal an. was dir heute noch keiner gesagt hat. Du bist schön genug, du bist auch schon richtig. So, und das war jetzt gerade gestern und ich habe dann den Ersteller, den Haller Musik, habe ich hier entsprechend auch markiert in dem Beitrag, was ich immer total wichtig finde. Ja, so wenn, wenn ich da etwas nutze von jemandem, dann markiere ich den auch super gerne, weil ich das einfach auch unterstützen möchte und vor allen Dingen den Sound auch total gut finde. also ich habe mir selber mein eigenes Reel schon ein paar Mal angeguckt, weil ich es einfach richtig gut finde und deswegen hier wichtig für euch, das ist dann kein Must-Do, aber natürlich sehr hilfreich und kann hier entsprechend auch unterstützen. Also, das wäre eine Alternative. Ansonsten kannst du natürlich auch immer Musik kaufen. Das ist ja gar kein Problem. Generell kann man immer auch Musik kaufen auf verschiedenen Plattformen. Kann man seine eigene Musik und vielleicht auch und da gehst du dann auf Nummer sicher, wenn du einfach immer die gleiche Musik auch nimmst. Das hat ja auch eine Art Wiedererkennungswert in dem Moment. Also ich finde das gar nicht schlimm, wenn man immer den gleichen Song nimmt, vielleicht verschiedene Teile davon. Bei Reels hast du ja eh nie drei Minuten, die abgespielt werden, sondern immer nur einen bestimmten Ausschnitt und du dann entsprechend da die verschiedenen Teile für jeweiligen Mood, Gefühle, was auch immer du ausdrücken möchtest, hier mit reinnimmst. Am sichersten gehst du, wenn du andere externe Musik wie Coldplay und so weiter nicht mehr benutzt. Jetzt die Frage, warum macht es trotzdem irgendwie jeder weiterhin? Mich eingeschlossen, ich nutze auch immer wieder Coldplay, auch für meine Storys beispielsweise. Ziel ist ja, in drei Jahren habe ich mein eigenes großes Event, habe ein Stadion gefüllt und Coldplay spielt auf der Bühne. Das funktioniert bei mir gar nicht, dadurch, dass ich das nicht machen würde und mal Coldplay auch verlinke, zum Beispiel in meinen Storys, werde ich auch weiterhin machen. Ich sage das hier nur ganz klar, das ist definitiv unternehmerisches Risiko. Alle, die das weiterhin nutzen und ich glaube, wenn wir jetzt zur GEMA gehen und uns die Rechte geben lassen für einzelne Songs oder auch für irgendwie alle Songs, ist es wahrscheinlich genauso teuer, wie wenn wir jetzt hier die Strafe zahlen. Janett meint, das kann fünfstellig werden, ja, das ProLead 800 sagt Sabrina, könnten das sein, dass, wie gesagt, ich habe da gar keine Erfahrung mit, da müssen jetzt mal einen Anwalt fragen, wenn ihr da irgendwas Konkretes hört, sagt Janne Bescheid. Nichtsdestotrotz ist das für mich unternehmerisches Risiko. Mir ist es jetzt gerade wichtiger, Coldplay in meiner Story zu haben, als 10.000 Euro zahlen zu müssen. Das wäre mir jetzt egal, weil, ja, theoretisch, ich möchte ja hier eine Mut rüberbringen. Das musst du selber entscheiden, wie wichtig dir das ist und auf Nummer sicher gehst du auf jeden Fall, wenn du deine eigene Musik verwendest, gekaufte Musik verwendest oder gar keine Musik verwendest und einfach in dem Moment tatsächlich dann eher deine Sprache, deine Stimme einsetzt. Ja, da haben wir dann wahrscheinlich das wenigste Problem, da kann eigentlich gar nichts passieren, wenn du deine eigene Stimme nutzt, deswegen aber auch mein Tipp und das ist auch das, was wir zeigen hier im Kurs, falls du den schon eingesetzt hast, weil die Fragen bekommen wir auch immer wieder, worauf muss ich achten. Monetarisieren können wir Reels am besten, wenn wir nicht immer nur tanzen und irgendwelche Musik spielen, sondern wenn wir hier tatsächlich Mehrwert geben und das sind die O-Tone Reels, also Talking Head, habe ich es hier genannt, mit Untertiteln. Das ist das Hauptformat, das ich hier empfehlen würde für Reels und dann gibt es hier natürlich noch weitere Möglichkeiten, wie wir Canva einsetzen können und in 30 Minuten 50 Reels erstellen oder in 5 Minuten 30 Reels mit 5 Mal Knöpfe drücken. Ja, also es geht relativ schnell, in Kombination mit künstlicher Intelligenz können wir sehr schnell Reels erstellen, aber wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, das wäre jetzt mein Tipp, ich gebe das mal den Reels Kurskäufern mit, wenn du so ein Canva Reel erstellst, dann kann man ja Musik im Hintergrund laufen lassen. Also entweder du hast dann eigene Musik, nutzt gekaufte Musik oder du sprichst nochmal, nimmst nochmal den Voice-Over, die Voice-Over-Option. Das heißt, das Reel ist hochgeladen, das Reel ist fertig, soweit, und du sprichst mit dem Voice-Over nochmal oben drüber und sagst das, was im Bild steht beispielsweise, um hier auf Nummer sicher zu gehen. Das heißt, es muss nicht unbedingt dann Musik sein in dem Moment. Ich bin zu 100% davon überzeugt, dass wir Reels machen können, dass wir 1000 Reels erstellen können, ohne Musik zu verwenden und wenn du es doch machen möchtest, dann musst du ein bisschen abwägen und schauen, welche Optionen du nutzen willst. Es geht hier um kommerzielle Nutzung, also alles, wo du Geld mit verdienst, zum Beispiel ein Reel erstellst und damit auf einem Account, auf Insta, egal ob es Business Creator oder ein normaler Account ist, wenn deine Intention mit dem Account das Geld verdienen ist, dann musst du vorsichtig sein. Deswegen also hier einfach wirklich mal darauf achten, wie nutzt du hier Musik, wie setzt du das ein und dann entsprechend auf Nummer sicher gehen und die richtigen Songs benutzen. Die Strafe ist oft doppelt so teuer wie die normale Miete. Welche Miete meinst du, Philipp? Meinst du, wenn man eine Wohnung mietet oder was meinst du? Empfiehlst du Monetarisierung oder nervt das die Zielgruppe, Nadine? Bei Reels würde ich es nicht empfehlen. Ich habe ja die Sterne aktiviert und das ist ja so dieses Sterne-System, dass man auch Geld senden kann und ich habe bei über 60.000 Followern auf Facebook, Insta, YouTube und so weiter damit schon ungefähr 15 Euro eingenommen. Das heißt, es lohnt sich wenig, das zu monetarisieren, weil du brauchst Millionen Follower, damit sich das wirklich lohnt, tatsächlich. Alles andere ist eher nervig und du kannst es nicht zurückstellen, wenn du es einmal aktiviert hast. Ich glaube, das ist wichtig zu sagen dazu und wenn du jetzt zu dem Thema sagst, ich habe da noch Fragen, Katrin, mir ist irgendwas noch nicht ganz klar, dann sag gerne Bescheid. Ich hier nochmal Disclaimer. Soweit ich das weiß, sind die O-Tone-Reels die sichersten. Du kannst hier auch die einfachen Reels nehmen, wo keine Musik läuft, die Trends gerade sind, wo einfach jemand anderes was reingesprochen hat. Ist auch gar kein Problem, soweit ich das weiß. Und sobald du Musik verwendest, passt du ein bisschen auf. Sound Collection ohne Probleme einsetzbar für Meta-Produkte, also alle Plattformen wie Facebook, Insta, WhatsApp. Da kannst du die Sound Collection kostenlos verwenden, was ich sehr cool finde von Meta. Die gibt es ja auch schon viele Jahre, da habe ich auch schon mehrere Lives zu gemacht und gehst auf Nummer sicher, wenn du einfach keine Musik mehr verwendest oder einfach überall, wenn ein bisschen Stimmung rein soll, I know I can. Den gibt es auch bei Spotify, den kannst du da auch in deine Playliste packen. Und ich werde ihn heute auch als Reel posten, sodass du auf dem Reel einmal auf den Sound klicken kannst und ihn dir abspeichern kannst, sodass du ihn immer sofort erreichbar hast und gar nicht suchen musst. Das macht es nochmal ein bisschen einfacher. Wir haben mittlerweile schon über 4000 Reels Kurse verkauft und ganz viele von euch machen den fleißig auch schon durch, falls noch nicht, wir werden euch jetzt demnächst erinnern, dass ihr den auch durchmachen sollt, weil es ist ja nichts Schlimmeres, als so einen geilen Kurs liegen zu haben und den dann nicht auch zu machen. Ich mache gerade meine 30-Tage-Reels-Challenge zum zweiten Mal, weil ich tatsächlich doppelt so schnelles Wachstum habe, wenn ich täglich ein Reel poste. Und ich animiere dich jetzt vielleicht nochmal hier mitzumachen, 30 Tage, jeden Tag ein Reel. Wir haben teilweise in der zweiten Woche bei den Teilnehmern schon 1000% mehr Reichweiten, was halt sehr geil ist. Also genau das möchte ich ja sehen bei euch. Darum machen wir ja den Reels-Kurs, deswegen läuft er so gut. Und dabei braucht man nicht einmal Musik. Und das möchte ich einfach hier auch nochmal betonen. Ja, seid vorsichtig, vielleicht geht ihr unternehmerisches Risiko ein, aber hey, die Reichweite kann massiv steigen, auch komplett ohne Musik. Und damit beende ich heute. Wenn du den Kurs suchst, kathrinhilf.com slash Reels minus Grundkurs. Der kostet aktuell noch sehr wenig, also hüpft noch schnell rein, bevor wir den Preis wieder erhöhen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Reels drehen und markiert mich gerne, damit ich weiß, dass meine Videos auch ein bisschen was bringen. Bis dann, ihr Lieben. Und dann, ihr Lieben.